Die Senkrechtstarter-Raumfahrt-News im Überblick. SpaceX macht signifikante Fortschritte während des Upgrades seiner Startanlagen und das Starship wird laut Elon Musk zukünftig über 9000 Tonnen Schub verfügen. Indien erfolgreich in Richtung Mond gestartet, Teststand-Explosion in Japan und bei Blue Origin, der US-Senat könnte das Programm für die Mars-Proben-Rückführung vorerst beenden, Ariane 5 letzter Start, In China wird die erste Methan-Rakete erfolgreich in einen Orbit gestartet und kommt so den USA zuvor. Das und noch viel mehr mit allen Hintergründen klären wir heute nur auf YouTube. Herzlich willkommen zu Senkrechtstarter, dem Raumfahrtkanal im deutschen Sprachraum. Nicht diese Woche, sondern bereits die Woche davor. Am 6. Juli gab es den allerletzten Ariane 5 Start. Ich lag mit Fieber im Bett und das bei diesem Wetter. Daher sind die News am letzten Sonntag leider ausgefallen. Und deshalb gibt es diese Info erst jetzt. Der Ariane 5 Start war bis auf die Verschiebung im Vorfeld ein würdiger Abschluss. Das Ende einer Ära und mit einem deutsch-französischen Doppelstart mit beiden Kommunikations-Satelliten. Syracuse 4B für das französische Militär und Heinrich Herz für das DLR. Ein würdiger Abschluss durch die beiden größten Ariane 5 Beitragszahler Deutschland und Frankreich. DLR, perfekte Überleitung. Das Video heute ist teilweise in einer Kooperation mit der deutschen Raumfahrtagentur im DLR entstanden. Genau mit den InnoSpace Masters, die von der deutschen Raumfahrtagentur veranstaltet werden. Die Highlights der InnoSpace Masters konnte ich diese Woche in Berlin begleiten. Dazu aber gleich mehr. Am Sonntag, den 9. Juli, ist von Dingquan aus eine lange Marsch 2C gestartet. Mit dabei die ersten beiden Test-Satelliten für das chinesische Starlink. Für das richtige Starlink von SpaceX gab es natürlich auch wieder Starts. Am Montag, den 10. Juli, ist von Cape Canaveral eine Falcon 9 mit Starlink-Internetzathleten gestartet. Besonderheit, es wurde ein neuer Rekord für die Wiederverwendung eines Boosters aufgestellt. Es war die 132. erfolgreiche Landung direkt hintereinander. Aber wichtiger, die 16. Landung des eingesetzten Boosters. Booster B1058, der seinen Erststart mit Crew Dragon Demo 2, dem ersten Crewflug für SpaceX hatte, steht nun vor seinem 17. Wiederflug und hat mit 11 Starlink-Starts und 2 Transporter-Missionen über 800 Satelliten in den Orbit gebracht. Um das einzuordnen, ULA hat in seiner gesamten Firmengeschichte 150 Satelliten in den Orbit gebracht. Wenn man alle europäischen gestarteten Satelliten der letzten 40 Jahre zusammennimmt, dann kommt man etwa auf knapp 900 Satelliten. Am Mittwoch, den 12. Juli, wurde Raumfahrtgeschichte geschrieben. Nicht in den USA von einer Firma mit X. Das chinesische Raketen-Startup Landspace konnte mit seiner methan-gefeuerten Suke 2 als erste einen Orbit erreichen. Für regelmäßige Senkrecht-Starter-Zuschauer lag das schon seit Sommer letzten Jahres in der Luft. Nun ist es gelungen. Der Erststart der Rakete im Dezember 2022 war noch durch einen Zweitstufenfehler missglückt. Umso mehr gratulieren wir zu diesem Erfolg. Die Suke 2 kommt zu einer Reihe anderer Methalox-Raketen zuvor, darunter Starship von SpaceX, Vulcan von ULA, New Glenn von Blue Origin, Neutron von Rocket Lab und Terran R von Relativity Space. Denn Space bereitet nach eigenen Angaben eine dritte Suke 2-Rakete für eine weitere Mission bis Ende dieses Jahres vor. Möglicherweise mit Nutzlasten von Kunden an Bord. Mein Start der Woche kam aus Indien. Am Freitag, den 14. Juli, flog das Launch-Wegel Mark III zu seiner siebten erfolgreichen Mission und hat so weiter eine marktlose Bilanz von 100%. Viel wichtiger aber die Nutzlast Chandrayaan-3, die dritte indische Mondmission und der zweite Versuch einer weichen Landung. Die fast baugleiche Chandrayaan-2 war wegen eines Softwarefehlers hart aufgeschlagen. Wir haben das Ganze live gestreamt, war ein, wie ich finde, sehr, sehr cooler Start. Gerne nachschauen. Die Sonde wird nun 42 Tage lang zum Mond unterwegs sein und die Landung ist dann aktuell für den 24. August geplant. Wenn die Landung gelingt, soll ein 24 Kilogramm Rover ausgesetzt werden und das würde Indien dann nach der Sowjetunion den USA und China zur vierten Mondlandenation machen. Ich will hier auf Senkrechtstarter nicht über Waffensysteme berichten, was bei Raketen und Dual Use natürlich nicht die einfachste Aufgabe ist. Da folgender Test einer nordkoreanischen militärischen Rakete, aber der vermutlich nächste Kamera-Vorbeiflug einer fliegenden Rakete ist, die den Weltraum erreicht hat, muss ja hier natürlich gezeigt werden. Nicht so lustig, dass in Japan die Bewohner der Insel Hokkaido kurzzeitig aufgefordert wurden, einen Schutz zu suchen, ehe die Rakete dann ins Meer stürzte. Kommen wir zu den Raumfahrt-News. Der US-Senat hat den von der NASA beantragten Etat für die Mission zur Rückführung von den durch Perseverance gesammelten Mars-Bohrproben gekürzt. Ursprünglich wurden weitere 949 Millionen US-Dollar von der NASA beantragt. Der Senat droht nun, den Beitrag signifikant auf unter ein Drittel zu kürzen, was das Programm vor unüberwindbare Probleme stellen dürfte. Bisher wurden bereits 1,74 Milliarden US-Dollar ausgegeben, aber das Startdatum der Mission wird sich voraussichtlich weiter verzögern. Diese Verzögerungen und die Kostenüberschreitungen gefährden aber andere NASA-Projekte, weswegen nun eines der wichtigsten Forschungsprojekte überhaupt der NASA in den nächsten Jahren auf der Kippe stehen wird. Denn sollten die Gesamtkosten für das Programm die Grenze von 4,3 Milliarden US-Dollar überschreiten, will der Senat seine Unterstützung für das Programm einstellen. Der ehemalige NASA-Forschungschef Thomas Zurbuchen, den ich sehr, sehr gut finde, sagte zu Eric Berger, dass diese Vorstellung ihm das Herz breche. Aber wenn es gravierende negative Auswirkungen auf andere NASA-Forschungsprogramme habe, müsste man das akzeptieren und das Programm hinten anstellen. Das US-Repräsentantenhaus wird ebenfalls über den Etat entscheiden und im Herbst werden dann Verhandlungen stattfinden. Ein unabhängiges Überprüfungsgremium wird Empfehlungen abgeben, ob diese Mission finanzierbar ist oder geändert bzw. abgesagt werden sollte. Diese Aussicht ist auch für die europäische Raumfahrt sehr, sehr bitter. Die ESA wollte die Sonde bereitstellen, die die Proben im Mars-Orbit aufnimmt und dann zur Erde bringt. Die ESA hatte mit der Ausschreibung des Designs an Airbus Defense & Space schon begonnen. Man kann fast schon den Eindruck gewinnen, dass aktuell ein Fluch auf der ESA und ihren internationalen Kooperationen liegt. Wobei es nicht zum ersten Mal vorkommt, dass ein NASA- und ESA-Projekt wegen US-Budget-Limits nicht zustande kommt. Wofür die politische Unterstützung nicht so schnell nachlassen dürfte? Das Artemis-Programm. Das Artemis-Programm wird wohl nicht mehr vor einer erneuten Landung beendet, aber auch hier laufen die Kosten aus dem Ruder. Der zweite Startturm für die leicht vergrößerte SLS-Version 1b soll nun insgesamt 1 Milliarden Dollar kosten, was in etwa einer Verdreifachung des ursprünglichen Preises entspricht. Auf etwa 1 Milliarde Dollar belaufen sich übrigens auch die Baukosten des Burj Khalifa in Dubai. Der ist aber nur 8 Mal so hoch wie der Artemis-Statum. Natürlich schon ein bisschen was her und Arbeitsbedingungen und so, aber trotzdem vielleicht ein griffiger Vergleich. In den letzten News hatte ich über Probleme mit der europäischen Vega gesprochen, der Vega C zumindest. Ebenfalls in Japan macht nun auch ein Kleinträger die Epsilon-S-Probleme. Auf Twitter machten Videos von einem explodierenden Teststand die Runde, die den Feuertest des Zweitstufen-Triebwerks der Feststoffrakete Epsilon zeigen sollen. Die Epsilon ist zwar etwas kleiner als die europäische Vega, kann aber schon etwas über eine Tonne in einen niedrigen Erdorbit befördern. Der letzte Start einer Epsilon 2022, der endete in einem Fehlschlag, nachdem die dritte Stufe versagt hatte. Ja, Explosion war eine heiße Woche. Auch bei Blue Origin ist ein BE-4-Triebwerk explodiert. Es war für die zweite Vulkan-Rakete der United Launch Alliance vorgesehen. Die Nachricht kam von Michael Sheets von CNBC. Nach Angaben mehrerer mit der Angelegenheit vertrauten Personen explodierte das Triebwerk etwa 10 Sekunden nach einem Heißzündungstest. Keine größere Sache, sagte übrigens ULA-Chef Tory Bruno, CEO von ULA, der versuchte da offensichtlich zu beschwichtigen. Das BE-4-Triebwerk sei während eines Abnahmetests ausgefallen, bevor Blue Origin es zur Integration in eine Vulkan-Träger-Rakete an das ULA-Werk liefern konnte. Nach Tory Bruno ist eine Explosion während eines Abnahmetests zu Beginn der Triebwerksproduktion relativ routinemäßig. Wie würde Elon Musk sagen, wenn du nichts kaputt machst, ist dein Innovationstempo zu langsam. Nach diesem neuen Zwischenfall während des Abnahmetests des BE-4-Triebwerks sah sich ULA wohl zu einem Statement für das Vulkan-Raketenprogramm gedrängt. Wir erinnern uns, bei einem Test der neuen Oberstufe für die Vulkan war es ja zu einer Wasserstoff-Explosion gekommen, die Oberstufe und den Prüfstand dann zerstörten. Der Fehler wurde laut ULA gefunden und die korrektiven Maßnahmen, die werden 140 Kilogramm extra Gewicht für die Rakete bedeuten. Tory Bruno sagte weiter, der erste Zertifizierungszug, der werde im vierten Quartal diesen Jahres stattfinden, der zweite dann in der ersten Hälfte von 2024. Und dann der dritte Flug und der erste Flug für die Space Force dann in der zweiten Hälfte von 2024. Vorausgesetzt natürlich, dass jetzt nicht mehr weiter irgendwas schief geht. Eine Anforderung der Space Force ist ja, dass zwei Starts vor einem Start mit der Space Force erfolgreich verlaufen. Für 2025 plant man eine Produktionskapazität der Vulkan von 25 Raketen pro Jahr. Der Satellitenbetreiber Viasat teilte die Woche mit, dass der im April mit einer Falcon Heavy gestartete Viasat 3 Probleme mit seiner Reflektorantenne hat. Diese Antenne und die gesteigerte Datenrate ist das Hauptfeature und eine der größten Neuerungen des Satelliten. Das Drei-Satellitensystem Viasat 3 war mit einer kombinierten Durchsatzkapazität von 3 Terabit pro Sekunde geplant oder vermarktet, was einer Verfünffachung der aktuellen Viasat-Flotte entspricht. Viasat arbeitet an einer technischen Lösung, dennoch reagierte die Börse sehr nervös auf diese Nachricht und die Aktie von Viasat, die fiel am 13. Juli vorbörslich um mehr als 20 Prozent. Ich weiß nicht, wer die Antenne hergestellt hat, aber alle drei neuen Viasat 3-Satelliten, die baut Boeing als Hauptauftragnehmer. Wir hatten eben über die erfolgreich in den Orbit gestartete Suke 2 gesprochen, die China in der Methan-Technologie eine Technologieführerschaft für die Geschichtsbücher beschert hat. China betreffend können Außenstehende manchmal nur schwer nachvollziehen, was von den chinesischen Raumfahrt-Startups hauptsächlich staatlich gefördert und was mit privatem Geld aufgebaut wird. Aber auf jeden Fall wird massiv gewollt in den New Space investiert und mit vielen privaten Raketenherstellern und Betreibern da was versucht aufzubauen. Die indische ISRO hat angekündigt, dass man die Technologie für das Small Satellite Launch Vehicle SSLV an den privaten Sektor weitergeben wird. Indische Raketenprogramme, die werden ja traditionell von der Regierung verwaltet, aber der kommerzielle Zweig der indischen Raumfahrtbehörde hat letztes Jahr einen Vertrag an die indische Industrie vergeben, um fünf weitere dieser Raketen auf kommerzielle Basis zu bauen. Wie eingangs erwähnt ist das Video heute in Partnerschaft mit der Deutschen Raumfahrtagentur entstanden, genauer den InnoSpace Masters. Ich war diese Woche auf der InnoSpace Masters Konferenz in Berlin und freue mich, eine Auswahl der ausgezeichneten Ideen hier vorstellen zu dürfen. Mein persönliches Highlight Avis Reality, die ein Verfahren entwickelt haben, um aus Satellitendaten automatisiert einen digitalen Zwilling der Erde zu generieren, mit dem autonome Fahrfunktionen trainiert werden können. Digifarm aus Norwegen hat mich auch total überzeugt. Der Landwirt Nils hat einen Algorithmus entwickelt, wo aus frei verfügbaren Satellitenbildern der europäischen Sentinel-Satelliten automatisiert Feldgrenzen und Erträge für die Landwirtschaft zu bestimmen. Diese und weitere Interviews, die ich in Berlin auf der InnoSpace Masters Konferenz geführt habe, die verlinke ich euch unter dem Video. Kommen wir zu den SpaceX Starship News. Wir haben ausgiebig gesehen, wie wild baut man in der Starbase in Texas, dem Entwicklungszentrum des Starship-Programms, nicht zuletzt aus Mangel an feurigen Tests und Flügen in letzter Zeit. Ich war sehr skeptisch, was die aktuell kommunizierten Zeithorizonte angeht. Allein deswegen, weil wir gesehen haben, wie lange es letztendlich gedauert hat, bis Booster 7 und Chip 24 die Tests durchlaufen hatten. Durch die notwendigen Bauarbeiten an der Startrampe schienen die Testkapazitäten vorerst nicht gegeben oder sehr beschränkt. Booster 10 wurde nun als erster Booster überhaupt von den Produktionsanlagen in nördliche Richtungen bewegt, um nun in der ehemaligen Gun Range mit dem Spitznamen Macy's getestet zu werden. Neben später einmal Triebwerkstests sollen hier vor allem die zeitaufwendigen Cryo-Tests mit tiefkaltem Stickstoff erfolgen. Fun fact, damit ist Booster 10 übrigens der am weitesten gereiste Starship-Booster, der bisher nicht explodiert ist. Wie wir seit dem Twitter-Interview von Ashley Vance mit Elon Musk wissen, soll für die Starship-Stufentrennung das sogenannte Hot-Staging eingesetzt werden, bei dem das Oberstufen-Starship schon feuert, wohl noch Triebwerke am Booster laufen. Um den Booster vor dem Plasma-Schneider-Abgas der Raptor zu schützen, ist ein Schutz notwendig, der den Booster laut Elon Musk etwas länger machen wird. Aus den aktuellen 69 Metern Starship-Boosterhöhe dürften so grob 72 Meter werden, wenn man sich die Arbeiten an der Quick-Disconnect-Verbindung für das Starship ansieht. Der ursprüngliche Quick-Disconnect-Mechanismus wurde entfernt und ein neuer, gut drei Meter höher, angebracht. Auch an der Starship-Oberstufe wird es weitere Änderungen geben. Eigentlich war schon klar, für das etwas untermotorisierte Starship wird es früher oder später mehr Triebwerke geben. Zu den drei Meereshöhen-Raptoren und den drei vakuum-optimierten Raptoren werden sich weitere drei vakuum-optimierte Gesellen. Ob die Triebwerke dann äquidistant, also mit gleichem Abstand verteilt werden, muss sich noch zeigen. Wenn man den Schwenkradius der inneren, verkippbaren Meereshöhen-Raptoren maximieren wollte, würde es sich anbieten, die sechs vakuum-optimierten Raptoren in drei Zweiergruppen anzuordnen. Fun Fact, mit den 33 Erststufen-Booster-Triebwerken und den neuen Starship-Oberstufen-Triebwerken kommt die gesamte Rakete auf 42 Triebwerke. Eine Zahl, für die Elon Musk eine Vorliebe hat und die ja laut Per-Anhalter durch die Galaxis die Antwort auf alles ist. Aber nicht nur die Anzahl der Triebwerke, auch deren Schub soll mit etwa 20% signifikant gesteigert werden, was den Erststufen-Booster laut Elon Musk auf verrückte 9.000 Tonnen Schub brächte und dem Starship so einmal über 200 Tonnen Nutzers bescheren würde. Und das Ganze in schneller, vollständiger Wiederverwendung, die mit einer adäquaten Flotte zu 50 Flügen alle drei Tage führen soll. Das würde die Transportkapazität von einer Million Tonnen Fracht pro Jahr in den Orbit ermöglichen, was laut Elon Musk genug sein dürfte, um eine sich selbst versorgene Kolonie auf dem Mars aufzubauen. Bauen oder Bauarbeiten, das ist das Stichwort. Der Mega-Stahl-Sandwich oder besser, dessen Hauptteil ist am Pad angekommen und wurde die vergangene Woche grob installiert. Da dieses Hauptelement so stark vormontiert wurde, dass es nicht zwischen die Stützen passt, wurde es hochkant eingefädelt, abgelegt und an die massiven Wasserleitungen angeschlossen. Mit einem Druckgas geförderten System sollen riesige Wassermengen unter den startenden Super-Heavy-Booster gedrückt werden und so das Pad vor Beschädigung geschützt werden. Auch wenn der Mega-Stahl-Sandwich so aussieht, als werde er in den nächsten Tagen dann fertiggestellt werden, würde ich vermuten, SpaceX schließt erst die Betonghiesarbeiten um das Pad ab, um so für ein kontrolliertes Abfließen des Wassers zu sorgen. Definitiv näher dran als der Start des nächsten Starships sind die Starts der kommenden Woche. Am spannendsten vermutlich der Elektron-Start von Neuseeland aus, bei dem der Booster sanft im Meer landen soll, um wiederverwendet zu werden. Passender Missionsname Baby Come Back, aktuell geplant für Montag, den 17. Juli. Am Mittwoch, den 19. Juli, möchte SpaceX eine weitere Ladung Starlink-Internet-Sathleten, diesmal von der Vendemburg Space for Space, starten. Ich hoffe, dir hat es wieder gefallen, wenn ja, den Like nicht vergessen und mit dem Abo hier hast du einen Platz in der ersten Reihe für alles, was uns noch in der Raumfahrt erwartet, denn die Zukunft der Raumfahrt, die wird unglaublich, Hashtag Apollo-Moment. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, immer schön senkig bleiben. Dein Mau.